Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Redguard. Ja, mir ist da aufgefallen, da oben gibt es hier noch was. Auch noch eine Sternenkarte. Können wir jetzt da hoch oder ist er jetzt nach oben gefahren? Der ist jetzt nach oben gefahren. Kann er auch wieder runter? Da kommt er schon wieder runter. Ich würde da irgendwie schauen, dass ich da vielleicht... Ja. Genau, ich will jetzt hoch. Ja, so geht es auch. So geht es auch auf jeden Fall. Wenn wir nach oben fahren. Oder auch nicht. So. Kann ich mir die Karte oben ansehen? Irgendwie. Ich will es mal unten mal testen. Das Ding ist jetzt komplett voll automatisch. Und der fährt wieder hoch. So, ich will das mal testen. Wir probieren mal bei irgendeinem aus. Das da ist ja... Der guckt nach... Nach rechts. Der guckt nach vorne. Keine Ahnung, wo der hinguckt. Der guckt auch nach rechts. Der guckt nach links. Der guckt nach vorne. Der guckt ebenfalls nach vorne. Auch nach rechts. Auch nach rechts. Der guckt dann nach links. Nach rechts. Und ich glaube eher mehr, dass es irgendetwas mit dem gelben hier zu tun hat. Was war das jetzt für ein Symbol? Ich will nicht auspassen, dass die hier drauf gegangen sind. Aber... Kann man ja testen. Ausprobieren. Ah, die Dinger sind wieder oben. Warum sind die wieder oben? Wie soll die unten bleiben, bitte? Kommen die jetzt runter? Ja, jetzt kommen die wieder runter. Oh, die Visitor sind runter! Oh! Ich will jetzt nichts von dir, ja? Ich will nur was von deinem, äh... Ding hier. Wir haben hier aber auch noch irgendwie... Du haben noch... Vielleicht hier, das musst du lesen. Wahrscheinlich muss ich etwas mit dem benutzen. Okay, ich kann jetzt... Ich muss das mit etwas anderes benutzen. Flora of Hammerfell? Es tut nichts von dir selbst. Okay, komm, dann... Ich glaube, die Bücher brauchen Befrieden. Hier haben wir... Zara's Tagebuch... Volks Feminine... Es tut nichts von dir selbst. Okay... Okay, verstehe ich gerade nicht. Vielleicht muss ich das damit benutzen. Jetzt haben wir das da. Ja, hier. Aber bei jedem eins müssen wir das doch benutzen können, oder? So, das war jetzt... Ist das das richtige Symbol jetzt gerade? Ich kann es nicht sehen. Ich glaube, das war nicht der. Ich glaube, das war das hier. Vielleicht muss ich das Buch mit dem Ding da oben benutzen. Und... Gehen wir nochmal runter. Ja, komm. So. Und nochmal runter. So. Ja, so geht auch. Und jetzt wird's komplett runter. Ich glaube, beim Teleskop ist nur wirklich das Ding hier los. So. Einmal noch... Nein! Cyrus! Wir haben eh das falsche Logo. Falsches Symbol. Das war jetzt dort eine L. Ja, das war dort eine L und nicht das andere. Wir müssen jetzt eh hoch. Was? 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 Warum fährt das jetzt nach oben? Erasmu, was willst du von mir? Erasmu, geh weg! Ja. Nerppige NPCs, die einem im Weg stehen, hatten die auch schon hier. Ich glaube, das mit den Nerven NPCs hatten die nie gefixt. Obwohl, ich bin jetzt auch gespannt, wie es jetzt mit den NPCs und so weiter ein Starfield sein wird. So. Und nochmal da rüber. Komm, renn! So. Und nochmal da rüber. Komm, renn! Genau, das war das Falsche. Was? Was? Das war das? Und das andere? Nein, das war das andere, wo wir jetzt gerade waren. Hummm. Genau, das war das hier. Das war das hier. Gehen wir jetzt nochmal runter und schauen uns das dann jetzt mal an. In der Hoffnung, dass Cyrus jetzt nicht wieder falsch springt. Da kann er nämlich selber gut falsch springen. So, und jetzt wieder nochmal. So. Schaut nach dem Zell-Escope. Moment. Da ist eine Schlange. Habt ihr gesehen? Da liegt es. Links ist eine Schlange. Kann ich jetzt aber auch wieder runter? Oh, es ruckelt. Ich muss das mit etwas anderes nutzen. So, probieren wir noch einmal. Kopfdachplange haben wir gefunden. Dann ist das gleiche wahrscheinlich wirklich auch jetzt das Richtige. Aber ich weiß jetzt auch nicht weiter, was ich jetzt sonst noch machen muss. Gehen wir vielleicht noch, jetzt wo wir das Ding gefunden haben, gesehen haben. Gehen wir vielleicht noch einmal zurück. Einmal zurück zu, äh, Coil. Quatschen die noch mal drauf an. Ja, natürlich. Der kommt jetzt hier hin. Der auch. Volksförmamein, das klingt wirklich, also was klingt, dass das alles da in Gub wäre bezüglich hier, der Sterne und so weiter. Aber ich habe gerade sonst so keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich war jetzt da am, äh, Teleskop. Natürlich rennen die ihm jetzt alle hinterher. Ja, die wollen alle pressen, natürlich. Alle wollen hier pressen. Da kommt auch mal der Nächste. Da kommt auch mal der Nächste. Also böse dargestellt. Das ist auf jeden Fall eine andere Perspektive mal. Ja, okay, jeder hat seine eigene Perspektive bezüglich Kaiserreich. Und so weiter. Uriel Septim. Ich bin eigentlich normalerweise Pro-Kaiserreich. Am liebsten spiele ich immer den Nord, aber auf der Seite des Kaiserreichs. Das ist aber auch mal eine interessante Ansicht. Hier mal von den Rotwaddonen, dass wir zu sehen, wie sie gegen das Kaiserreich sind. Aber das ist ja hier in der zweiten Ära. Ah, da hinten sind wir schon. So. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir die hinsetzen? Wie muss ich dich jetzt setzen? So, warte mal, da haben wir Star Stone. Jetzt ist die Frage, wo muss ich die hinsetzen? Ich glaube, etwa hier irgendwo. Oder wir spawnen noch einmal. Boah, nee, ich habe keine Ahnung, wo ich die hinsetzen soll. Anscheinend wissen wir das. Wo soll ich die hinsetzen? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns mal gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt noch einmal gestaut gehabt, wo ich die hinsetzen muss. Und das ist tatsächlich eigentlich hier. Und hier glaube ich. Ich hoffe, das ist richtig. Oder auch nicht. Vielleicht noch eins weiter. Hey, es ist der Red Guard. So, nochmal hier drauf. Es war irgendwo hier auf jeden Fall. Heul bitte aus dem Weg. Und hier vielleicht. Und jetzt? Bitte nicht zuerst, Osiris. Hä? War doch hier oder nicht. Oder habe ich jetzt wieder was falsch gemacht? Oder muss... Muss das da... Ähm, warte mal. Nein, bitte hierbleiben. Und hier einen hinsetzen. Bitte nicht zuerst, Osiris. Okay, ich rafke jetzt gerade. Was nicht? Mit ihm fände ich jetzt auch nicht mehr quatschen, ne? Ah, doch. Hey, Cyrus! Hallo, Coel. Hast du dich herausgefunden, wie du mein Bruder's Seel frei hast? Ich denke, vielleicht habe ich ihn. Ich wusste, du kannst uns helfen, Osiris. Oder war das Brauchen doch richtig? Muss ich jetzt beide wieder hier hinsetzen? Also hier, das war ja... Hier? Hier? Und hier? Nee? Was? Warte mal, jetzt muss ich das noch einmal mir ansehen. Das Bild. Ah, okay, warte. Jetzt sehe ich das. Das muss... Das muss hier auf der Seite sein. Also hier links von diesem Viereck. Und zwar den Äußeren. Also einmal hier. Und einmal hier. Ich wollte nicht mit ihr quatschen, ich wollte den Stein hier hinlegen. Bitte nicht mit ihr quatschen, ich wollte den Stein hier hinlegen. Nein? Ja. Du hast es getan, Cyrus! Trudora, hi, Osirah. Hoi, es ist der Red Guard! Hallo, Coyle. Cyrus! Es ist gut, dass du wiedersehen kannst. Okay, mit dem kann ich jetzt nichts Neues sagen. Sorry, aber ich muss gehen. Vielleicht später können wir sprechen. Ich würde gerne helfen, wenn ich kann. So, kann ich mit ihr jetzt quatschen? Talk to Woman. Da, da war es ganz kurz. Talk to Savan Barabra. Oh, ich bin der Red Guard! Das? 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 Ja. Vielleicht kannst du mir helfen, meine Schöne Azar? Sura, nicht hier. Die Mutter hat sie nicht gesehen, seit dem Tag sie mit Helm gekommen ist. Aber sie sieht, dass du sie findest. Ok, Strassmachai. Hast du planiert, dass hier auf Strassmachai bleiben? Du hast hier eine Nase-Dul-San-Lohemachai. Wenn Lohemachai dank den Uten-Nanmangau. Die Mutter sagt, Strassmachai braucht ihr Hilfe. Du, Sura. Und deine. Metana, den, Nogo. Die Isle ist noch in peril. Ok. Warum war Azar mit Helm? Den, Nogo, Tuk-Tahali? Den, Nogo, Teng-Mongo, Sura. Den, Nali. Sie brauchten die Mutter's Hilfe, ihre Magik. Du hast hier. Aber die Mutter war so verrückt über Helm, dass sie deine Schöne weggebracht hat. Die Mutter weiß nicht, was deine Schöne braucht. Entschuldigung, Cyrus. Entschuldigung. Es wird schwer zu retten, die Empire zu retten. Die Mutter wird schwer zu retten. Die Mutter wird schwer zu retten. Die Mutter wird schwer zu retten. Was hat sie gesagt? Manchmal ist meine Schöne schlecht. Sie hat gesagt, dass es nicht schwer wird, weil der Sonne hier ist. Oder sie hat gesagt, dass der Sonne hier wird. ok, helfen. Sie können keinen Einsatz geben? Sie sind 10. Sie sind 10. Sie sagen, Sie wissen. Was soll zählen mir über die Schöne, Trifian? Sie können Sie ihm erzählen den Säbau? Sie sind die Schönerente? Sie sind die Schöne CJ. Sie sind die Schöne Linse. Sie werden die Schöne von der Giselaien. Sie werden die Schöne eingefleun, Sollte Gems sind Tricky Tricky Magik. Uhidumagai! Es braucht einen potenziellen Sorcerer, zu benutzen. Bist du diese Power für Saba? Sie ist. Okay. Wir hätten aber noch... Wir hätten aber noch irgendwas mit Felicia gehabt. Mit Felicia müssen wir auch noch irgendwie was bequatschen. So, wenn wir jetzt hier nochmal schauen. So, placing the Starstones correctly permitted Saban to complete her ritual and ensure a safe journey to the other world for Hale's soul. Coil says that his mother Saban says that it takes a powerful Sorcerer to use the power of a soldier. Coil assures that his mother is that powerful. So, dann hatten wir aber hier noch irgendwas für Felicia. Riffa said she heard that the map to the flags of Lelandryl was torn into 4 pieces. She says one piece was inscribed on the bottom of a silver box shaped like a ship. Okay, keine Ahnung wie ich das finde. Bleibt in der Platz. Also erstmal wieder auf Schwert. Ah, und das Wichtigste, dass wir jetzt ein Save Game machen. Weil wir haben jetzt das geschafft. So. Und jetzt ab und zurück in Richtung Strassenkai. Ein Stück der Karte ist irgendwo, was aussieht wie ein Silberschiff. Ist das nicht eine Lade hier? Äh, Silberschiff oder so? Silberne Schiff. Da hatten wir auch noch mit irgendwem gequatscht gehabt. Wenn wir da mal hingehen. Vielleicht finden wir da die Karte. Ja, aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich hab keine Zeit für euch. Aus dem Weg. 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 Versuchen wir mal jetzt das silberne Schiff. Mein Anführungszeichen. War doch hier irgendwo, meine ich. Genau hier war der Glock, glaube ich. Oder der Laden? Open Door? Nee. Oder das hier? Quälin? Nee. Hier. Was war los? Der Laden oder nicht? Akos Kasatz. Nee. Nee. So, dann wären wir jetzt hier drinnen. Schauen wir mal etwas? Hey Sandra. Quatschen wir mal mit der. Vielleicht hat sie neue Infos. Hallo. Cyrus. Was brauchst du? Flasch auf Lilandril. Silberschiff. Ich bin über eine legendäre magische Flasch. Ich bin über eine Schiff. Ich bin über eine Schiff. Es ist über eine Schiff. Ich liebe die Schiff. Ich bin über eine Schiff. Vielleicht hast du gesehen eine Schiff. Eine Schiff wie eine Schiff. Es hat etwas in mir, ich bin für. Nein, sorry. Es ist kein so etwas in meinem Schiff. Ich habe es gebeten viele Imperiale Soldaten, die in deine Haus sind. Ich hoffe, dass es dir keine Probleme gibt mit dem Gouverneur. Hm. Ein Gouverneur sollte hoffen, dass ich ihm keine Probleme gibt über das. Welche mögliche Grunde könnte diese Soldaten haben, um in meine Haus zu brechen? Ein loyales Vorbeer. Von allen Menschen. Einer seiner wenigen Potenzialen in der Stadt. Nicht ein gutes Zeichen für die Zukunft des Empires hier in Hammerfell. Map to the Flask? Ich denke, ich weiß, warum diese Soldaten die deine Haus zu suchen. Der Gouverneur könnte denken, dass du Teil einer Karte hast, die die Location der Flask der Landwehr. Warum würde er das denken? Ich habe das noch nie gehört von dieser Flask, bevor ich hierher kam. Ich habe gelernt, dass eine Karte der Karte auf einem Silberen Schiff ist. Sieht es familiar? Nein, aber ich habe eine Menge Geld gekauft, als ich diese Schiff gekauft habe. Ich habe es in meine Schiff, neben meiner Haus. Aber ich habe es nicht Zeit, um es zu überprüfen. Hier, take the key. If you find this ship, keep it. It's only bringing me trouble. Ah, nice. Warte mal. Also waren wir hier jetzt richtig. Chrysandra gave me a key and invited me to search her star house for a silvership inscribe with a piece of the map to the Flask of Lelandril. If I find it, she says to keep it. Aber nicht hier in dem Laden, oder? Bei ihr zu Hause jetzt wahrscheinlich. Da gehen wir mal zu ihr nach Hause. Und gucken uns da das mal an. Oh, ich sehe nichts. Ja, ja, ja. Jetzt hört auf zu kämpfen. Lass mich in Ruhe. So, ich sehe nichts. Ja, ja, ja. Jetzt hört auf zu kämpfen. Lass mich in Ruhe. So, dann sind wir jetzt bei ihr zu Hause. Ah, warte, wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Rusty Key war's nicht. Hier, Key to Chrysandras Storeroom. Ein Film. Die Storeroom sind ja unten. Am Hafen direkt. Vielleicht ist sie da. Vielleicht muss ich da in einen dieser Räume rein. und chrysandra schnell ich will irgendwie vorbei so an dem will ich auch noch vorbei aus dem weg enter warehouse aus dem weg ich will mit euch nichts zu tun haben auch lockt wo ist ok müssen wir jetzt mal ein paar weiter outprobieren es passt auch nicht aber eines der heute muss doch sein oder nicht aus dem weg welches ist denn das jetzt aus dem weg ist das hier das geht mir nicht auch laufen sagt hier hat man was ausprobiert hier gibt es keinen weiteren eingang so komme ich jetzt nicht vorbei das vielleicht oben oder hier welter war da waren wir so könnte das da das sein ich glaube nach und nach kommen wir ja wirklich in jedes gebäude rein ok den hier jetzt aber nicht so da haben wir noch eine hütte passt auch nicht rein auch nicht die sollen mal aufhören ich gehe mir nur noch auf den sack das ist auch nicht wie sieht es damit aus es ist auch nicht es ist auch nicht passt auch nicht rein das war jetzt das letzte gebäude glaube ich es ist auch nicht rein ja ok gut dann kommen wir erst mal nirgendwo rein dann würde ich sagen in der nächsten folge sehen wir mal zu dass wir das irgendwie rausfinden und vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer max leos und ciao und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018